Serena Williams hat eine schwere Operation erfolgreich überstanden. Die Tenniskönigin teilte ihren Fans mit, dass sie eine Zyste am Hals entfernen lassen musste. Im Mai entdeckte sie eine Beule an ihrem Nacken und suchte sofort einen Arzt auf. Die Zyste wuchs stetig und erreichte die Größe einer kleinen Grapefruit. Die Ärzte rieten ihr, die Zyste schnellstmöglich entfernen zu lassen. Sie könnte sich infizieren oder sogar auslaufen, erklärte Serena auf TikTok. In einem Video zeigte sich die 43-Jährige mit einem großen Pflaster am Hals. Sie berichtete offen über ihre Erfahrungen und den Heilungsprozess. Es tat irgendwie weh, die Ärzte mussten eine Drainage legen, erzählte sie. Auf X ergänzte Serena, ich bin immer noch auf dem Weg der Genesung, aber es geht mir besser. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle, betonte sie. Sie bedankte sich herzlich bei ihrem Ärzteteam für die erfolgreiche Operation. Trotz ihres Karriereendes im September 2022 bleibt Serena im Rampenlicht. Mit 23 Grand Slam-Titeln gehört sie zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Abseits des Sports widmet sie sich ihrer Familie und genießt die Zeit mit ihren Liebsten. Mit Ehemann Alexis, Ohanian und ihren Töchtern Olympia und Adira ist sie glücklich. Tochter Adira feierte letzten Monat ihren ersten Geburtstag. Auf Instagram schwärmte Serena, sie ist so speziell, so lustig, so witzig, so liebevoll, so süß und so stark. ich- Untertitelung. BR 2018